Hier drüben! Bleib in Deckung! Die Jungs haben Laservisiere! Da drüben! Ah, da ist es zumindest mal wieder. Da ist es... Monsieur, ich darf mich vorsch... Oh. Ich darf mich vorschalten, die Waffe ist geil. Das hast du mal fein gesagt. Ah, sehr schön. Was, ich nenne der Seite noch nicht? Nee, ich nehme die hier. Wir gehen weiter. Ich höre... Die Bibliothek sichern. Lass sie nicht zu Sullivan. Ja, Sir. Der Alte ist im Osten des Anwesens an der Arbeit. Wir hätten ihn gar nicht mitnehmen sollen. Ich trau diesen Typen nicht. Ich trau diesen Typen nicht zufrieden. Ich trau diesen Typen nicht zufrieden. Ich brauche den Typen nicht zufrieden. Ich brauche den Typen. Tolle Laner. Hier drüben! Was, was? Wow. Oh, shit. Da muss man natürlich erst runtergehen. Er ist da drüben. Oh, Gott. Wow. Bitte sehr. Bitte. Das kann nützlich sein. Komm, ich nehme die Desert-Igel einfach. Hier werde ich ganz gut Munition jetzt bekommen. Was war das hier für? Achso, ja. Oh, das wird heikel. Nate, ich habe ein ganz munniges Gefühl hier. Ich weiß, ich auch. Finden wir Sullivan, dann hauen wir ab. Das Gefühl, dass... Hier drüben. Da sind wir doch. Wow. Die Desert-Igel geht mal voll ab. Die Desert-Igel geht mal voll ab. Gedanke. Verdammt. Ha! Oh, fuck. Wäre ganz gut, wenn ich sterben würde, weil ich keine Muni mehr habe, habe ich schlecht geschossen und schlecht gewirtschaftet. Was macht der denn da? Das war's dann wohl. Oh, ich kann mich nicht. Okay. Äh, sehr gut. Schieß! Achso! Achso! Ja. Glan. Ich bin hier. Mieten! Nein! Na bitte! Da, wren sie! Da! Oh! Oh! Baut sie nicht! Na bitte. Spass dir, ne? Ah, okay. Danke, dass du kletterst. Komm schon. Nein, die Pistole will ich nicht. Muss ich hier überhaupt hin? Was ist hier? Nein, die Pistole will ich nicht. Muss ich hier lang? Nein, wahrscheinlich nicht, ne? Nö. Das ist für Laina. Äh, das krieg ich nicht hin. Kennt man eher weniger von mir, aber das krieg ich nicht hin. Oh, ein Juwelen besetztes Silberkreuz. Das krieg ich eindeutig nicht hin. Kommst du? Wetten, jetzt kann ich das machen? Wenn du meinst. Okay. 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 Okay, lass jetzt los. Langsam! Äh, sag dir langsam! 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 War das nicht. Und es gibt wieder eine elendische Schießerei. Oh, Gott. Oh, Gott. Richtig. Das tat bestimmt weh. Wo kam der Header, der Laserpointer? Headshot. Ich hab ihn! Na toll. Noch irgendjemanden, der sich mit mir anlegen will? Oh, mach dir mal ordentlich mit mir anlegen. Oh, nee. Und hier. Ich wollte mir nur kurz die Munition holen. Boah, wir sind so bad im Werfen. Du hast aber auch nur Highschool Baseball gespielt.